Wie präsentiere ich eigentlich richtig? Willkommen zurück Abiturathleten, mein Name ist Leo Ekl und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traum-Not-Shit kommst. Präsentieren. Präsentieren ist eines der wichtigsten Themen, wenn es um die mündlichen Abiturprüfungen geht, aber natürlich auch grundsätzlich im Leben. Im Beruf hast du vielleicht mal ein Vorstellungsgespräch oder du triffst dich mit einem anderen Businesspartner, da ist es auch wichtig, dass du dich gut präsentierst. Referate spielen grundsätzlich in der Schule eine total wichtige Rolle und natürlich können wir jetzt, wenn wir unbedingt wollen, also auch auf alle anderen Lebensbereiche beziehen, beispielsweise wenn du einer Frau gegenüber sitzt, musst du dich auch präsentieren. Aber das geht in meinen Augen zu weit, es soll wirklich um die Präsentation in der Schule, in der Arbeit und so weiter gehen, aber eben ganz speziell für die Leute, die jetzt ihre mündlichen Abiturprüfungen bald haben. Wenn es um Präsentation geht, assoziieren damit ganz, ganz viele Menschen hauptsächlich eine Emotion und zwar Nervosität oder vielleicht sogar Angst. Und deswegen will ich das gleich am Anfang mal aus dem Weg räumen. Wie gehe ich gegen diese verdammte Angst vor, wenn ich mich vor Menschen stellen muss und was erzählen soll? Da gebe ich meinen All-Time-Favorite-Tipp in Bezug auf Angst und zwar die Nervosität oder eben sogar die Angst in Vorfreude umwandeln. Was bedeutet das? Ich habe es in einem Instagram-Clip schon mal erklärt. Der Körper sendet bei Nervosität und Vorfreude genau die gleichen Signale aus. Und nur über unsere kognitive Bewertung, das bedeutet, wie wir über diese Signale denken, entsteht daraus die Emotion. Das bedeutet, unser Herz schlägt schneller, wir kriegen vielleicht ein bisschen feuchte Hände, wir sind ein bisschen mehr energetisch so. Und dann sagt unser Körper, bzw. eher unser Kopf, Moment, das ist jetzt Nervosität oder es ist Vorfreude. Und weil wir automatisch schon davon ausgehen, dass wir vor der Prüfung Angst haben, interpretieren wir es immer als Angst oder Nervosität. Wir können aber genauso im Kopf sagen, in dem Moment, wo wir diese Angst und Nervosität spüren, so okay, alles kribbelt so ein bisschen, dass wir dann einfach sagen, nein, Mann, ich habe Bock, ich habe Bock, ich habe Bock. Und das kann vor allem mit ein bisschen Übung sehr, sehr gut funktionieren, dass du dann im Prinzip wirklich einfach Lust darauf hast, dich vor diese Menschen zu stellen und deine Sache zu präsentieren. Und Leute, außerdem, jeder ist aufgeregt. Die absolut besten Speaker sind vor jeder fucking Rede von denen aufgeregt. Das ist ganz vollkommen normal. Weil Lampenfieber pusht dich auf das Level, was du haben möchtest. Es pusht dich auf das Level, was du brauchst, um deine beste Performance zu zeigen. Deswegen, sei dich bewusst, dieses Lampenfieber wird niemals weggehen und es ist nicht euer Feind, sondern euer Freund, um euch zu eurer Bestleistung anzutreiben. Jetzt aber weiter im Text. Bei Präsentation ist es vor allem wichtig zu verstehen, dass Erfolg mit Vorbereitung beginnt. Und das immer. Bedeutet, wenn du etwas präsentieren sollst, dann wird die Qualität deiner Präsentation maßgeblich davon abhängen, wie gut du vorbereitet bist. Und natürlich, es gibt Leute, die können einfach gut sprechen, die stellen sich theoretisch vor ein riesen Publikum und hauen ohne Vorbereitung eine richtig coole Story raus. Klar, gibt es auch. Aber wenn du wirklich auch inhaltlich was rüberbringen sollst, dann ist es extrem wichtig, dass du dich inhaltlich gut vorbereitest. Und wenn du das schaffst, wenn du wirklich weißt, okay, ich bin gut vorbereitet, das, was ich hier sage, ist gut, das ist interessant, das ist sehr schön aufbereitet, dann fällt dir auch das allererste viel einfacher und zwar die Nervosität in Vorfreude umzuwandeln. Weil natürlich, wenn du weißt, du hast nichts, und das ist eine mega wichtige Prüfung, und dann gehst du da rein und hast aber nichts am Start, dann hätte ich auch Angst. Wenn du aber gut vorbereitet bist, du weißt, okay, ich habe meine Sachen am Start, die sind geil, das wird die Leute freuen, das ist richtig, richtig gut, dann ist es auch viel einfacher zu sagen, nee Mann, ich habe Bock auf diese Prüfung, ich habe Bock da reinzugehen, ich habe Bock darauf, das denen zu erzählen, weil es einfach gut ist. Und deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, dass du die Vorbereitung richtig gut meisterst, weil du zum einen die Angst viel besser kontrollieren kannst, und zweitens natürlich, weil dein Inhalt logischerweise viel, viel besser ist. Dann stellt sich aber natürlich die Frage, wie man sich denn überhaupt richtig vorbereitet. Und bei der richtigen Vorbereitung ist es in meinen Augen wichtig, dass man sich etwas davon löst, immer zu versuchen, es dem Publikum recht zu machen. Weil natürlich, wenn du irgendjemandem etwas bietest, ist es sehr wichtig, dass du auch die andere Seite hörst und überlegst, was möchte diese Person hören, wie möchte sie es hören, und dass du da auch auf dieses Feedback oder im Prinzip schon Erwartungen, die sie im Vorhinein gestellt haben, darauf eingehst. Aber gerade bei Präsentationen in der Schule passiert es in meinen Augen ganz, ganz oft, dass Schüler sich an den Präsentationen der anderen Schüler orientieren, weil sie denken, dass das so ist, wie man halt eine Präsentation in der Schule macht und dass das dementsprechend auch gewissermaßen die Vorstellung vom Lehrer ist und dass der Lehrer das gerne hätte. Aber ich kann euch sagen, dass ich in all meinen Referaten, inklusive auch meinen Präsentationen, in den mündlichen Abiturprüfungen extrem gut in Noten hatte. Also ich hatte wirklich eigentlich im Prinzip durchgehend Einsatz. Ich weiß noch einmal, hat ein Lehrer mich gefragt, ob ich das Referat selbst gemacht habe. Und da kann ich euch einfach nur sagen, wenn ihr immer das Gleiche wie alle anderen macht, seid ihr natürlich auch meistens nicht sehr viel besser als alle anderen, sondern seid gerne auch einfach mal kreativ. Ihr könnt euch verschiedene Anfänge, verschiedene Schlüsse überlegen. Ihr könnt euch vor allem aber auch einfach mal von vornherein überlegen, wie ist es in meinen Augen am besten, diesen Inhalt rüberzubringen. Welche Struktur? Nur weil alle anderen mit einem Zitat anfangen, heißt nicht, dass du mit einem Zitat anfangen musst. Nur weil alle am Anfang eine Gliederung vorlesen, heißt nicht, dass du eine Gliederung vorlesen musst. Und auch in der Abiturprüfung. Nur weil die Texte, die du vielleicht am Anfang liest, aus denen du dann deine Präsentation kreieren sollst, nur weil das in der Reihenfolge ist, muss ja nicht heißen, dass du der Meinung bist, dass es auch am sinnvollsten ist, es sofort zu lesen. Vielleicht fängst du mit dem Schluss an. Vielleicht fängst du im Prinzip mit einem Cliffhanger an. Du fängst mit dem Ende an, wo dann alle sagen, okay, okay, was passiert jetzt? Und dann erzählst du die anderen Sachen, wodurch das Ganze dann erst Sinn ergibt. Sei einfach kreativ. Ganz wichtig, bei der Vorbereitung zwei Dinge. Kreativ sein und strukturiert sein. Weil was oft passiert bei kreativen Leuten ist, die haben pure Unordnung, du checkst gar nichts. Das ist im Prinzip ein absolutes Kunstwerk, das ist ein Meisterwerk, das ist richtig geil, aber du checkst einfach nicht, wie jetzt was zusammenhängt. Und bei ganz vielen Strukturierten macht zwar alles logisch total viel Sinn, aber du pennst im Prinzip ein beim Zuhören, weil es einfach überhaupt keine Mühe drin steckt, was den künstlerischen Aspekt betrifft. Und deswegen ist es bei Präsentationen immer ganz wichtig, dass du den kreativen und den strukturierten Aspekt so kombinierst, wie es für dich richtig ist. Und dann ist es nämlich auch dein Referat, deine Präsentation und das wird dann auch das Publikum oder eben die Prüfer überzeugen. Und viertens kommen wir noch zu einem meiner Lieblingsthemen, was auch bei mir schon auf Positiv hervorgehoben wurde, und zwar die Körpersprache. Ich wurde auch schon öfter gefragt, Leo, wie hast du dir so eine gute Körpersprache angeeignet? Und da kann ich euch einfach nur sagen, es waren garantiert keine Rhetorik-Tipps. Garantiert keine Rhetorik-Tipps. Es gibt einen richtig guten Vortrag, ich liebe diesen Vortrag. Ich kann den Titel nicht mehr genau, aber es ist ungefähr so nach dem Motto, warum Rhetorik unnötig oder warum Rhetorik sogar scheiße ist. Und ihr habt diesen Vortrag so krass gefeiert. Weil dieser Typ hat dort dann erklärt, dass es, ich weiß auch nicht mehr genau, sagen wir es gibt, alles über der Schulter ist Zone 1, zwischen Schulter und Becken ist Zone 2 und von Becken bis zum Boden ist Zone 3. Und dann wird beispielsweise den Top-Managern erklärt, dass ihre Hände immer in Zone 2 bewegen müssen. Das bedeutet nicht über den Schultern und nicht über dem Becken. Und das macht ja auch total Sinn, weil natürlich hier fühlt sich das Ganze irgendwie am natürlichsten an. Aber Leute, aber, wenn du aktuell der Typ bist, der sich halt so hinstellt und dann seinen Text runterrattert oder seine Antworten gibt, dann bist du halt gerade aktuell der Typ. Und dann bringt es dir nichts, die auf einmal mit sagen, oh, ich habe in dem Video jetzt gesehen, ich soll so und so sprechen. Oder alle Speaker, die ich sehe oder alle Coaches oder alle YouTuber, die ich sehe, die sprechen immer so. Und deswegen muss ich das auch machen. Das ist mein Augen-totaler Quatsch, weil das Problem ist, wenn du jemanden hast, der seine Arme gewohnt ist, einfach immer hängen zu lassen. Und jetzt soll der für die Prüfung mal die Hände hochnehmen. Dann nimmt er vielleicht die Hände hoch, aber checkt gar nicht, was er hier machen soll und versucht dann im Prinzip intuitiv, die immer wieder runterzudrücken. Erinnert sich dann aber wieder vom Kopf her, nein, ich muss die hochnehmen, ich muss die hochnehmen. Und das gibt teilweise total komische Bewegungen, sieht einfach mega weird aus. Deswegen, natürlich gibt es Leute, die haben eine super Körpersprache und du kannst auch eine richtig gute Körpersprache mit Übungen entwickeln. Aber das Wichtigste dabei ist immer, dass es authentisch ist. Ich kenne so viele Leute, die haben eine Körpersprache, wo man rhetorisch sagen würde, ja, das macht so Sinn. Aber es kommt für mich einfach mega inauthentisch rüber. Und dann hast du einfach verloren. Dann hast du einfach verloren. Und deswegen ist es so wichtig, dass bei der Körpersprache die Dinge, die du tust, immer von innen nach außen gehen und nicht von außen nach innen. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt gerade, merkt ihr jetzt schon, wenn ich, wenn ich, ich habe jetzt gerade mit meinen Händen im Prinzip das, was ich sagen wollte, betont. Aber diesen Move habe ich nie auswendig gelernt, sondern es passiert einfach intuitiv. Einfach in dem Moment, wo ich jetzt gerade über mich spreche, geht mein ganzer Fokus vielmehr auf mich und deswegen folgen dem auch meine Hände. Das bedeutet, dass im Äußeren, meine Hände, folgen dem, wie ich gedacht habe. Und dann ist es authentische Körpersprache. Wenn du jetzt aber das versuchst zu lernen, beispielsweise immer, wenn ich ich sage, mache ich diesen Move hier, dann sieht das so weird aus, weil du dann immer versuchst daran zu denken, dass wenn du ich sagst, dass du dann auch das machst. Und das kommt einfach mega strange, sieht ungefähr so aus. Ja, und übrigens wollte ich eigentlich noch sagen, dass es total für mich, mich, versteht ihr, versucht das immer so nachzumachen. Das macht keinen Sinn. Und deswegen, versucht Körpersprache nicht als eine extra Sache zu sehen, die ihr so außenrum machen müsst, sondern versucht Körpersprache als Verlängerung von eurem Charakter zu sehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil dann trägst du im Prinzip einfach nur das, was in dir ist, deine Emotionen, deine Gefühle, deine Gedanken, deine Vorschläge, deine Inhalte, trägst du über deine Körpersprache noch weiter nach außen. Seht ihr? Nach außen. Aber auch das ist nichts, was ich jemals gelernt habe. Ich habe mir noch nie ein Video darüber angeschaut, wie du deine Hände am besten hältst. Sonst versuch das einfach nur als Verlängerung von den Dingen zu sehen, die ihr nach draußen tragen wollt. Und dann wird das richtig, richtig gut. Einfach nur ein bisschen bewusster sein, einfach ein bisschen offener sein, ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Das auch gerne mal vorm Spiegel einfach üben, einfach ein bisschen offener sprechen und dann wird sich das alles ganz automatisch selber entwickeln. Weil für Körpersprache ist ganz klar wichtig, aber schaut, dass es immer du selbst bleibst. So wünsche ich euch ganz Erfolg bei der nächsten Präsentation. Ihr kennt das YouTube-Spiel. Liken, abonnieren, subscriben. Abonnieren und subscriben ist das Gleiche. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ansonsten, wie immer, ich glaube an euch, wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Ciao. 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 Ciao.